Dunkel war's das Licht ging an und die wurde Angst und bang es ist sehr kalt im Schnee, oh weh denn da wächst kein Klee, oh je mi ne und die Musik ist sehr schee und nicht kann das ABC, keine Ahnung eine Frage habe ich an euch hier in ihr Wald eine Frage ist das hier schon? ah warte 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 hier im Wald gibt es immer so eine Beere die kann man sich jede Woche holen diese will, hier will ich die Zithatsbeere kann ich gleich dann einpflanzen am Beerenfeld, wenn ich mal Bock hab das ist schön also ich muss euch was zeigen ihr müsst mir unbedingt weiterhelfen weil mit denen kann man ich war schon Visa-Bord gefragt aber also wie kommt man da links, da rechts hin, ich komme da nicht hin wenn man da rechts geht jetzt kommt man da auch nicht hin, da kommt man nicht hin, da hoch auch nicht Frage also wie kommt man da hin, bitte sagt es mir danke bitte die Kommentare, ich wäre sehr dankbar, vielen Dank eine TM-Leck dann nämlich, aber wie komme ich da hin, das ist die Frage da muss ich gar nicht, stimmt schon hier lang dann da rechts, Mädels weg, dann nach unten da ist hier so ein Kreis, so fahre ich nicht mit In-1-Gate, da lang und dann da lang hier runter so, Licht ein Pfarr, ein Psy-Aos, glaube ich muss ich dir den ganzen Weg gehen, ist nicht dein Ernst hier, oder die vielleicht erfasst haben könntet, wie ich da jetzt reingehe auch jetzt kommt doch nicht mit einem Pokémon-Kampf hier ein Mohipo, aber habe ich schon, braue ich nicht mehr was bringt es mir, den wegzumachen Smogelbaum, oder was hab mir nichts gebracht da läuft ein Käufer from, guten Tag ein Mülleimer so viel Lust habe ich auch gewusst, dass es ein Mülleimer ist ja, noch ein Mülleimer steht da im Pokémon-Park so viel Mülleimer rum für das Ausgeschiedene wegzumachen, oder wie keine Ahnung so, den habe ich ja schon, den braue ich jetzt nicht ich habe, ich habe, ich habe, was hab ich denn gemacht ah, genau ich hatte bisher schon mehr Rediktos in den Versionen vor allem Zoroa, kann ich auch schon sieht bei euch vielleicht spannend aus, aber ich mache mir dann noch in Ruhe ihr wisst wie wenn nicht, dann schreibt es, ihr kommt da ja, erklärt euch gerne und, boah, diese Kämpfe hier ich darf denn nicht schutz sein nein na, Hypo-Mor-Ber alle gesagt, ich finde ich Hypo-Mor-Ber viel schöner als Moly-Mor-Ber ich glaube, das letzte Moly-Mor-Ber, oder? das letzte Moly-Mor-Ber, oder? das letzte Moly-Mor-Ber, oder? Kleid, das finde ich, wie hässlich die Mädchen wäre schon nicht gefallen, aber mir nicht wie übrigens bin ich kein Mädchen Chirp-Chirp Chirp-Chirp oh, ist der Lirp das haben wir auch nicht für alle verstanden, glaube ich geht's da runter? ne, geht's nicht lang komm, jetzt kein Poki-Kampf, bitte nicht da, 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 da da ist ein Poki-Ball das ist ein Poki-Ball eine Feen-Tafel, lass mich raten versteckt die Taken von Team Feen äh, Team, Typ Feen das ist ganz blöd gemeint da oben war ich, glaube ich, schon ja, doch, war ich schon kommt man denn nicht anders hin, als so ist dein Ernst die Leute gehen wir da rein hui 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 Geheim Dungeon YouTube Halleluja Halleluja das ist doch keine Pussy, aber dem speichere ich also wenn ihr sehen wollt, wie ich Mewtwo fange das mache ich sicher das streich ich euch dann klickt hier rauf klickt einfach ja, klickt hier auf die Sprechblase klickt drauf und übrigens, wenn ich es noch nicht habe schreibt es in den Kommentaren, weil das ist peinlich wenn ich das sage, klickt die Sprechblase da gibt es keine Sprechblase und so, ja ein Zickerfreak kann Aussagen vergessen doch jetzt klickt, wenn sie da ist, klickt für Mewtwo klickt für Mari klickt für Zickerfreak klickt für Dardlinator, obwohl der gar nichts damit zu tun hat klickt einfach dann freue ich mich wie heißt es in dieser einen Werbung im Fernsehen klick, 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 also klickt also klickt habt ihr mich zugehört klick hier drauf, klick draufklicken linker muss ich, nee, rechter bringt nichts links, okay oder runter scrollen lassen oder rechter ein Auffall, wie das von mir auch anschauen doch erst, klick ernsthaft ich habe klick gesagt oh, das ist echt zu schwer klick heißt klicken ach, du bist dir das auch echt nicht mehr zu helfen tschüss